Das ist der Volldachs-Großen und vorbei! Für den Reigebauer erster, Hannes Roter, sensationell! Einmal zwei! Erste Volldacht draußen! Und vorbei! Das ist wirklich immer noch ein Asta! Na, Göttenölbe! Ich habe hier den Jens Göttemann Vorsprung, Philipp. Jens Göttemann. Kleiner Platz für das Volkebauer. Philipp, neu gebaut haben. Das Wunder, Philipp. Alles in Start, Wanne. Jens Göttemann, immer neu erster. Philipp erster, Tim Koch jetzt zweiter. Tim Göttemann und der ewige zweite Philipp Neugebauer, Check-in, Monster Team Kramasar, die feiern. Und der Meister am heutigen Tage, Wurst unter Hannes, Ostseepokal 2018, Jens Göttemann aus Belgien. Vielen Dank.